Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwerer nicht sehen wollen. Drum gibt es diese Leichtigkeit. Untertitelung des ZDF, Kiefer und seine Unterstützung haben diese 200-Achre-Site in einem der größten, jaw-druppensten Kunstwerk in der Welt. Hier hat er in Skulpturen und Installation gegründet. Er begann, sich für sich eine Welt zu entwickeln. Die ganze Gesellschaft hat damals geschwiegen, sind alle am Verstehen des Unvorstellbaren gescheitert. Also ich habe jedem eigentlich ein Spiegel vor das Gesicht gehalten. Der größte Mythos ist der Mensch selbst. Untertitelung des ZDF, Kiefer und seine Unterstützung Beifall dem BÜNDNIS 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90–60, 90. Der größte Mythos ist der Mensch, die sich über die Untertitelung des ZDF, Je weiß, wie es sich über die Untertitelung des ZDF zu entwickeln? Vielen Dank.